Hi, mein Name ist Rose und ich komme aus Kanada. Als ich gerade zwei Jahre alt war, verließ mein Vater meine Mutter wegen einer reicheren Frau und das machte meine Mutter so wütend, dass sie schwor eines Tages super reich zu werden. Und so begann sie Leute zu betrügen. Und das Leben mit ihr war nie einfach. Wir mussten von einem Ort zum anderen umziehen, um der Polizei zu entkommen und so konnte ich nie eine normale Kindheit haben. Einmal als ich in der dritten Klasse war, bestand ich darauf, mich an einem Ort niederzulassen, so dass meine Mutter ihr Astrologiegeschäft in einer kleinen Stadt in der Nähe von Toronto eröffnete. Aber wenn die Leute mit ihren Problemen zu ihr kamen, bot sie ihnen verrückte Lösungen an. Sie werden nicht heiraten, weil mit ihren Planeten etwas nicht stimmt. Putzen Sie sich eine Woche lang nicht die Zähne. Sie brauchen eine Beförderung. Gehen Sie drei Tage lang barfuß. Mama, er wird Blasen an seinen Füßen bekommen. Warum hörst du nicht auf, die Leute zu verarschen? Ich muss eine Menge Geld verdienen. Und naja, diese Leute sind so dumm. Sie glauben einfach alles. Sie war böse. Und offensichtlich war keine ihrer Vorhersagen und Lösungen korrekt. So, dass es nicht lange dauerte, bis die Leute herausfanden, dass sie eine Betrügerin war. Also sind wir auch von dort wieder weggelaufen und die nächste Station war der Verkauf von gebrauchten Rasenmähern in einer anderen Stadt, wo sie zwei Diebe dafür bezahlte, sie aus den Gärten der Leute zu stehlen. Und ich hatte es satt. Mama, das muss aufhören oder ich werde allen von dir erzählen. Aber sie nahm meine Warnungen nicht ernst, bis eines Tages die Polizei an unsere Tür klopfte. Ich erzählte den Beamten alles, was ich wusste. Sie nahmen meine Mutter mit und so kam ich in ein Adoptionsheim. An meinem ersten Tag sah ich, wie zwei Mädchen aneinander stießen und zu Boden fielen. Ich ging hin, um ihnen zu helfen. Hey, bist du okay? Aber sie hat meine Hand weggeschlagen und das andere Mädchen weggeschubst. Du Hexe, wie kannst du es wagen, mich zu Fall zu bringen? Jetzt frisst du etwas Dreck. Sie stieß das andere arme Mädchen in eine Pfütze voller Schlamm und brach dann ein Gelächter aus. Sie war so verdammt böse. Ihr Name war Bella und sie war das böse Mädchen, das jeder gern hasste. Einmal stahl sie alle meine Bücher und verkaufte sie im Tausch gegen ein schickes Kleid. Bella, warum hast du das gemacht? Ach, kommt schon. Du wirst nicht zu Einstein oder so, wenn du liest. Jetzt mal ehrlich. Du warst noch nie in einer Schule und außerdem steht mir dieses Kleid ganz ausgezeichnet. Das war es. Ich musste mich rächen. Also schnitt ich in dieser Nacht ihr Kleid in Stücke und verschenkte es, damit die Kinder ihr staubiges Zimmer wischen konnten und von diesem Tag an wurden Bella und ich zu Erzfeinden. Immer wenn sie andere Kinder anpöbelte, machte ich es mir zur Aufgabe, ihr die Stirn zu bieten. Eines Tages sah ich, wie sie ein kleines Mädchen schubste, nachdem sie ihr ganzes Mittagessen genommen hatte. Na los, komm schon, gib mir doch die Beinteile. Ich half dem kleinen Mädchen vom Boden auf und trat Bella kräftig gegen ihren Stuhl. Nimm dieses Beinteil! Und sie fiel auf den Boden, während das ganze Essen auf ihr landete. Du Hexe! Sie stürzte sich auf mich und wir begannen einen riesigen Kampf. Alle Kinder feuerten mich an, als wir wie wilde Katzen kämpften. Aber dann kam der Aufseher und zog uns auseinander. Nach diesem Tag wurde ich in der Adoptionsstelle zum Helden und das machte Bella wütender als ein wütender Stier. Aber zum Glück musste ich sie nicht lange ertragen, da sie bald darauf von einem Politiker adoptiert wurde. Eines Tages in der achten Klasse sah ich, wie eine hübsche Frau das Büro unseres Direktors verließ und in ihr Auto stieg. Da bemerkte ich einen Diamantenohrring genau dort, wo das Auto noch vor wenigen Sekunden gestanden hatte. Ich hob ihn sofort auf und rannte ohne nachzudenken hinter dem Auto her, um ihn zurückzugeben. Als das Auto mich rennt, sah, hielt es in einiger Entfernung an. Ma'am, ich glaube, Sie haben das fallen lassen. Oh ja, vielen Dank, meine Liebe. Es gehörte meiner Mutter. Ich bin dir so dankbar. Ich lächelte und wollte gerade gehen, als die Frau etwas Geld aus ihrer Handtasche nahm und es mir anbot. Bitte nehmen Sie dies als Zeichen des Dankes an. Nein, das kann ich nicht annehmen. Was ich getan habe, war das Richtige und ich habe es nicht für eine Gegenleistung getan, Ma'am. Die Frau schenkte mir ein breites Lächeln und fuhr davon. Ein paar Tage später teilte mir der Direktor mit, dass ich von einer superreichen Familie adoptiert worden war. Und ich war schockiert, als ich sah, es war dieselbe Frau, deren Ohrring ich zurückgegeben hatte. Offenbar waren sie von meiner Ehrlichkeit sehr beeindruckt und beschlossen, mich zu adoptieren. Oh, Rose, wir haben uns schon immer ein Kind gewünscht. Und als ich dich neulich gesehen habe, wusste ich einfach, dass du es sein würdest. Sie umarmte mich fest und ich erwiderte ihre Umarmung. Später fuhren wir zu meinem neuen Zuhause und dieser Ort war ein Palast. Und meine Adoptiveltern waren die nettesten Menschen auf der ganzen Welt. Es gab jedoch eine Sache, die mich störte. Ich hatte meine Adoptivmutter angelogen, als sie mich nach meinen leiblichen Eltern fragte. Rose, denkst du manchmal an deine leiblichen Eltern? Ich meine, wenn du sie jemals sehen willst. Nein, ich meine, mein Vater starb, als ich zwei Jahre alt war und an meine Mutter habe ich auch keine Erinnerung. Ich fühlte mich schrecklich, weil ich sie belogen hatte. Aber ich schämte mich zu sehr, um ihr von meiner Mutter zu erzählen. Ein paar Monate später war es endlich soweit. Ich kam in die Highschool und war ziemlich aufgeregt. Aber dann passierte etwas Schreckliches. Auf dem Stuhl der Lehrerin saß ein Mädchen, vor dem eine lange Reihe von Schülern stand. Als ich hineinging, war ich schockiert, als ich sah, dass es niemand anderes als Bella war. Rose, wie auch immer, jetzt wo du hier bist, warum reißt du dich nicht in die Schlange der anderen Verlierer ein und lässt dich von der Königin interviewen? Schließlich gehörst du jetzt auch zu meinem Hofstaat, wenn du hier zur Schule gehst. Die Königin? Ja, das bin ich. Ich bin die Königin. Und ich interview diese. Tut mir leid. Es ist mir egal, was es ist und ich glaube, ich verzichte drauf. Ihre Lakaien keuchten, als ich sie völlig ignorierte und zu meinem Platz ging und Bella wurde ganz rot. In den nächsten Tagen stellte ich fest, dass Bella eigentlich ziemlich beliebt war, aber nicht auf eine gute Art. Sie trug schicke Klamotten, besaß teure Sachen und gab gerne an. Die meisten Schüler hatten die Nase voll von ihrer rotzfrechen Art, trauten sich aber nicht, etwas zu sagen. Eines Tages saß ich in der Cafeteria und aß mein Mittagessen, als Bella zu mir kam und sehr wütend aussah. Wie kannst du es wagen, gebratenes Hähnchen zu essen? Und das auch noch vor der Königin? Genau so. Mann, bist du blöd. Erklär es ihr. Es gibt einige Lebensmittel, die nur die Königin essen kann, wie rote Samtkuchen, Peperoni-Nudeln und manche anderen Sachen. Wirklich? Und wer hat das entschieden? Die Königin hat es getan. Selbst wenn es die Königin von England ist, ist es mir egal. Ich mampfte weiter mein Essen, aber in diesem Moment kam Bella und schnappte mir das Tablett weg. Gib das her. Ja, gut, nimm es. Ich nahm eine Handvoll Essen und stopfte es ihr ins Gesicht. Und das ihr auch. Ihre Lakaien eilten ihr zu Hilfe und ich stürmte hinaus. Nach diesem Tag fing ich an, Bella zu ignorieren, denn ich wollte mich ganz ehrlich auf mein Studium konzentrieren und meine Eltern stolz machen. Ich hatte sogar gute Noten in den Prüfungen und war die beste in Mathe. Langsam wurde ich in der Schule beliebt, weil ich ein cooles Mädchen war, das anderen Schülern beim Lernen half und sich nicht scheute, Bella die Stirn zu bieten. Eine Woche später war ich auf dem Heimweg, als ich Bella weinend auf dem Schulparkplatz sah und es sah so aus, als hätte sie große Schmerzen. Was ist los, Bella? Geht es dir gut? Sie packte mein Bein und begann, mich um Hilfe anzuflehen. Rose, bist du das? Ich habe Asthma und habe meine Pumpe im Auto vergessen. Aber der Fahrer hat die Schlüssel und ich kann ihn nirgends finden. Einen Ersatz habe ich auch nicht dabei. Ich brauche den, damit ich wieder richtig atmen kann. Kannst du sie für mich holen gehen? Bitte. Oh Gott. Sie sah so schmerzhaft aus, dass ich sofort zum Auto rannte, das Fenster einschlug und die Pumpe für sie holte. Als sie wieder zu Atem kam, umarmte sie mich fest und ich dachte, sie würde mich jetzt endlich in der Schule in Ruhe lassen. Aber später am Abend bekam ich eine Videobotschaft von Bella, in der sie sich bei mir bedankte. Aber als ich sie öffnete, fielen mir buchstäblich die Augen aus dem Kopf. Als ich sah, dass es ein Video von mir war, wie ich die Scheibe des Autos einschlug und die Asthma-Pumpe herausnahm und der Untertitel lautete Diebstahl aus dem Auto des Direktors. Was zum Teufel? Worum ging es hier? Ich habe sie sofort angerufen. Was zum Teufel? Du hast gesagt, es war dein Auto und die Pumpe. Wie hat dir meine Überraschung gefallen, Schwachkopf? Das war das Auto des Direktors und meine Lakaien haben dich mit der Kamera aufgenommen. Es war zu einfach. Ich kann nicht glauben, dass ich einer Hexe wie dir vertraut habe. Nenn mich von nun an Königin des Spatzenhirns oder ich werde das Video veröffentlichen. Gitt. Ich knallte das Telefon fest auf den Tisch, aber ich war jetzt so gestresst. Was, wenn sie das Video wirklich durchsickern ließ? Am nächsten Tag in der Schule fand ich Bella, die auf mich wartete. Rose, komm her. Meine Schnürsenkel sind aufgegangen. Warum bindest du sie nicht für mich zu? Ich wollte ihr fest ins Gesicht schlagen, aber dann widerstand ich dem Drang und tat, was sie verlangte. Und die Kinder sahen mich an, als wäre ich eine Außerirdische. Die nächsten Tage waren die schlimmsten Tage meines Lebens. Bella verlangte von mir, dass ich die ganze Zeit Hausaufgaben für sie erledigte und zwang mich, mich öffentlich bei ihr dafür zu entschuldigen, dass ich sie anfangs gedemütigt hatte. Bella ist das klügste und hübscheste Mädchen an der Schule. Und das einzige Mädchen, das es verdient hat, Königin genannt zu werden. Und es tut mir leid, dass ich das nicht schon früher erkannt habe. Die Hexe bekam sogar eine falsche Krone und eine Scherpe für die Schule und ich musste ihr helfen, sie vor allem zu tragen. Aber ich war jetzt sowas von fertig mit ihr. Bald hatten wir einen Departierwettbewerb in der Schule und Mama hat mir geholfen, mich darauf vorzubereiten. Aber die letzten beiden Finalisten, die gegeneinander antraten, waren ich und Bella. Und obwohl sie mich bat, sie gewinnen zu lassen, wollte ich meine Mutter nicht im Stich lassen. Ich habe die letzte Runde gewonnen. Und als ich mit meinem Pokal von der Bühne kam, ist Bella völlig ausgerastet. Du blöde Kuh! Glaubst du wirklich, du bist schlauer als ich? Gib mir die Trophäe, sie gehört mir! Du wirst es sonst bereuen! Sie versuchte, ihn mir zu entreißen, aber ich konnte gerade noch ausweichen und sie krachte gegen die Wand. Das wirst du mir büßen, du Idiotin! Ich werde das Video sofort dem Direktor zeigen! In ihrem Wutanfall bemerkte sie nicht einmal, dass sie das Mikrofon noch immer trug. Ich aber schon und ich hatte eine brillante Idee, um ihr ein Geständnis abzuringen. Von welchem Video sprichst du? Die, in der meine Lakaien gefilmt haben, wie du das Auto des Direktors kaputt gemacht hast, du Idiotin! Ich kann immer noch nicht glauben, wie leicht ich dich dazu überredet habe! Das ganze Auditorium hörte, was sie sagte, einschließlich des Direktors, und Bella musste einen Monat lang nachsitzen. Aber sie hatte nie wieder die Gelegenheit, mich zu ärgern, weil ihre Eltern sie auf ein Internat in einem anderen Land schickten. Yippie! Mein Leben verlief nun reibungslos und ich hatte viel Spaß beim Reisen und Ausgehen mit meinen Eltern. Sie nahmen mich sogar mit zu einer großen Kunstausstellung. Und ich war verblüfft, als ich sah, dass die Bilder dort für Tausende von Dollar verkauft wurden. Nach der Auktion stellte uns der Moderator den Händler vor und mir stockte das Herz, als ich die Frau sah. Es war meine echte Mutter. Wann ist sie aus dem Gefängnis gekommen? Und was zum Teufel hat sie hier gemacht? Hallo, das ist meine Tochter Rose. Das Bild, das ich gekauft habe, wird in ihrem Schlafzimmer hängen. Oh, deine Tochter! Rose, du bist ein glückliches Mädchen. Du hast gerade ein Gemälde im Wert von 30 Riesen bekommen. 30 Riesen? Was? Die tanzenden Knüdel? Meine leibliche Mutter kannte nicht einmal das A der Kunst und war sie plötzlich Kunsthändlerin geworden? Das konnte nur eines bedeuten. All diese Gemälde waren gefälscht und sie täuschte die Leute immer noch. Später am Abend, als alle damit beschäftigt waren, sich die Bilder anzusehen, schlich ich mich hinaus, um meine leibliche Mutter zu warnen, sich von meinen Adoptiveltern fernzuhalten. Ach, Rose, meine Tochter, ich habe dich so vermisst. Sie hat versucht, mich zu umarmen, aber ich habe sie weggestoßen. Bitte, Mom, hör auf mit dem Drama. Schämst du dich nicht? Ich dachte, du kommst vielleicht als besserer Mensch aus dem Gefängnis, aber du bist immer noch dieselbe. Nun, Rose, du bist auch keine Heilige. Ich wurde erwischt, weil du mich pfiffen hast, damit du mich loswerden und ein Leben in Luxus führen konntest. Gar nicht dumm. Bist du wahnsinnig? Wie konnte ich wissen, dass ich von reichen Leuten adoptiert werden würde? Und weißt du was? Ich werde gleich wieder reingehen und allen erzählen, dass die Bilder gefälscht sind. Und deine Eltern wissen lassen, dass du meine Tochter bist? Die Tochter einer Betrügerin? Da du nicht vor ihnen mit mir gesprochen hast, hast du ihnen wohl nie von mir erzählt, oder, Rose? In diesem Moment hörten wir Schritte, die in unsere Richtung kamen, und wir zerstreuten uns schnell. In dieser Nacht konnte ich nicht schlafen, weil ich wusste, dass meine Adoptiveltern von meiner leiblichen Mutter reingelegt wurden. Aber dann erinnerte ich mich daran, dass ich neulich eine Schlagzeile im Fernsehen gesehen hatte, in der es darum ging, wie ein anonymer Anruf der Polizei half einen gesuchten Verbrecher zu fassen. Bingo! Also ging ich nach draußen, damit mich niemand hören konnte, und rief anonym bei der Polizei an, um mitzuteilen, was meine leibliche Mutter getrieben hatte. Aber als ich mich umdrehte, war ich schockiert, als ich meine Adoptivmutter dort stehen sah. Mama, was ist los, Rose? Mit wem hast du telefoniert? Und was ist mit dem Bild? Zuerst habe ich gezögert, es ihr zu erzählen, aber dann habe ich all meinen Mut zusammengenommen und ihr alles erzählt. Es tut mir leid, dass ich es dir nicht früher gesagt habe, aber ich hatte Angst, du würdest mich hassen, wenn du wüsstest, dass ich die Tochter einer Betrügerin bin und... Pst, es ist nicht deine Schuld, Schatz. Was immer deine Mutter getan hat, es ist ihr schlechtes Karma. Aber ich und dein Vater, wir beide lieben dich und wissen, dass du ein toller Mensch bist. Und du bist nicht die Tochter einer Betrügerin, du bist meine Tochter. Oh, Mama. Zwei Tage später wurde berichtet, dass meine leibliche Mutter zusammen mit zwei anderen Männern geschnappt und zurück ins Gefängnis geschickt wurde. Euer Christian. Und du bist du in den Rat. Und du bist eine Tochter einer Betrügerin, du bist die Tochter einer Betrügerin, du bist das bist die Tochter einer Betrügerin. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020